Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Master Builders mit dem lieben Mad Max. Alter Schmerz. Und wir sollen eine Frucht bauen. Hä? Aber scheiße. Ja. Ich weiß auch schon genau was ich baue. Alles klar. Brown. Oh 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 super. Erstmal ein anderer Boden. Ich hoffe ich krieg das einigermaßen hin. Ich stell einfach aus wie er schwanz da noch Skidate. Ok, oh er läuft schon mal gut los. Geht schon mal gut los. Alles klar. Alles klar. Schau ob ich das hinkrieg was ich bauen will. Ne wahrscheinlich nicht. Ne glaub ich irgendwie nicht. Natürlich doch schon. beskriminiert mich das ist nicht richtig es muss noch ein sticker werden das ist jetzt schon mega hässlich du gehst das aber schnell ok das erkennt man doch wahrscheinlich nie wieder aber alles klar sieht das aus wie ein greies ist es jetzt nicht aber alles klar schon echt aus wie ein Schwanz Ernst sagt jetzt ungewollt oder wie? ich meine ich hoffe man erkennt es danach so oder? ich mach da jetzt einfach noch nein weil wenn ich das will dann erkennt man das auch aber das ist einfach nur eine Mistgeburt eine Womba schöne Frucht alles klar eine Womba schöne Frucht ich schaue einfach aus wie ein Naldestroyer ganz ehrlich ist es einfach so äh stimmt das überhaupt noch so? ich hoffe schon ich baue jetzt gerade einfach so ohne die Frucht einmal anzuschauen oder so mach mal einen Holraum rein äh ok ok halt die Schnauze äh oh ja gut mach mal noch eins kleiner es ist ja nur eine Frucht es steht ja nicht da was für eine Frucht Frucht? nein nur Frucht Bardo aaaaaaah oh der war so lustig eigentlich nicht aber ok gut das könnte eine Ananas sein es soll aber eine Birne werden alles klar alles klar ich konnte nicht mit Buchstaben bauen alles klar kann es als Birne durchgehen? ich weiß es nicht mal hier noch so mach mal das oben mal ein bisschen so 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 ich hab noch zwei Minuten Zeit aber kein Problem ach man ich sollte mein Handy mal auf stumm schalten wenn wir aufnehmen nein nur die Schnauze hm eine undefinierbare Frucht es sollte eine Birne werden alles klar ne ich hab noch ein Blatt hin bei mir noch ein Blatt hin äh ja gut das ist jetzt nicht unbedingt ein Blatt ist das ein Blatt? ist das? weiß ich nicht könnte alles mögliche sein alles klar ja ich hab so behindert das was ich baut hab ich hab 100 Minuten Zeit also irgendwo still noch stimmt schon ist vielleicht ein etwas großes Blatt aber gut die Frucht ist auch etwas überdimensional und das Blatt ist schief auch noch nicht der meint schon echt aus mit so kack Anal Destroyer okay haben wir noch green green dunkelgrün jetzt hab ich das green 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 lalala ich kann den Effekt hier rein machen ja ja gut schauen wir mal ob man das als Bier ne oder okay ich sieh einfach nur scheiße aus mach mal so alles klar es ist kein Apfel es ist irgendwie naja perfekt alles klar haben wir mal Partikel ja mach mal das ist wie üblich immer so schön erzchen hier oder ne das wohl überhaupt nicht übertrieben ist nun 10 Sekunden haben wir noch total effekt du musst den Song was meins war gell mhm ich warst das nötig gehint mhm ja muss passen mir egal jetzt naja wie ne Birne mhm ey das ist geil ne Melone aber die hat er von Minecraft nachgebaut das ist schlecht was soll das daneben eigentlich sein was soll das daneben eigentlich sein was ist das keine Ahnung ne 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 n ne ne was �� Partikel Art Abwehr um es ist bei uns Apfel nach nach sie sind in Mainz und Skate Prozent zu kämen erkennt es ist ein von einer guten war auch ein Blut von dieser Scheiße okay hier was ist das mit einer Bar nach Nelde Pixlatt scheiße aus dem Sieber das ist nicht das ist für mich keine Banane nein das ist und das aber ich habe immer ne Melone Apfel und das sieht schon aus was ist das seit wann haben Früchte gefühle alles klar Apfel das ist nicht mehr so schlecht da Pixler hat aber es ist was geht mit dem Einfahnen ist einfach was alles klar alles klar schöner Apfel eine schöne Banane aber Pixler ist scheiße was ist das man die Bananen stecke mir immer quer in den Arschreiter was machst du da hast du das Herzbrunnen ich weiß ist richtig lustig ey BASS IST BASS das ist ein Apfel aber was soll das da ach das sind Bären alles klar alles klar Melo geiler Name ever alter das finde ich auch nicht schlecht ist es deins? es ist deins Junge du musst mir das ausschauen wie scheiße ich schaue einfach aus wie ein Schwanz mit eurem Ei was? was? oh gut du hast eine blühende Fantasie wo bin ich denn? immer wenn ich vierte ja also was willst du? egal die Blitzer die Bananen hat ihm einfach krumm ey warte mal schnell hab ja ok gut Leute ich würde kurz sagen wenn es euch fallen entlassen das ist eine Pose wird hinter und jo schau beim nächsten Mal wieder vorbei tschüss soll ich noch was sagen? da ist die Tür raus bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal